Willkommen im Autohaus Langer. Bei uns erwartet Sie die größte Autoshow im Rhein-Sieg-Kreis. Auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen über 200 Fahrzeuge der Marken Opel und Honda. Unser freundliches und kompetentes Personal berät Sie personen- und bedarfsorientiert. In unserer Meisterwerkstatt kümmern sich unsere Mechaniker gerne um Ihr Auto. Machen Sie doch auch mal einen Zwischenstopp bei uns. Autohaus Langer an der Burg Sülz 38 in Loma. Seit 2009 ein fester Bestandteil des Eventkalenders der Region Bonn-Rhein-Sieg, das Jamrock-Festival in Loma-Bürg. Der Verein Jamrock e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, lokale Bands zu fördern. Dies beinhaltet vor allem die Möglichkeit zur Selbstdarstellung der jeweiligen Gruppen. Das Grundprinzip des Vereins ist simpel. Für wenig Geld soll viel Spaß und Unterhaltung geboten werden. Sowohl für Bands, Organisatoren und natürlich auch für das Publikum. Im August war es wieder soweit. Mit dabei waren in diesem Jahr Scheimtrail, Dead Man's Eyes und Rauputz. Spaß und Unterhaltung waren sowohl während des Konzertes als auch bei der Aftershow-Party garantiert. Und schon jetzt laufen die Vorbereitungen für das Festival im nächsten Jahr auf Hochtouren.